Guten Abend. Hallo. 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 So, ich freue mich auf heute Abend mit euch zusammen zu kochen. Adi wird die Latkes machen zur Weinocke. Ich weiß nicht, ob jeder mich kennt. Adi Goldmann. Ach stimmt, genau. Erzähl mal. Erzähl mal ein bisschen über dich. Soll ich das nicht erzählen? Nee, erzähl mal genau. Ich habe dich vorhin gefragt, weil ich gedacht habe, du bist eins der bedeutendsten, eins der... Ich kenne dich schon seit ich klein bin. Als ich in die Diskothek, wenn ich vielleicht reinkam, ich war 15 und Adi Goldmann war einfach in Größe. Der hat die Stadt mitbestimmt, der hat... Du hast das irgendwie auch zu einer Metropole gemacht. Frankfurt war auf einmal berühmt. Auch unbedingt wegen dir. Ja, dann habe ich einen kurzen Zwischenaufwand in Köln gemacht, dann war ich in Köln berühmt. In Köln? Was warst du in Köln? Ich hatte eine Einweisung vom Stab, mich auszuruhen. Fast zwei Jahre. Und dann habe ich mich da ausgeruht. Wie alt warst du dann? Wie alt war ich dann? Das war jetzt vor einem Jahr. Mensch, ich bin doch verurteilt worden. Ich bin doch ein offizieller Krimineller. Aber als ich dann rausgekommen bin, habe ich mir gedacht, Fortun gehabt. Genau. Was heißt Fortun? Fortuna, das Glück. Fortuna, das Glück, das Glück, ja. Dann trinken wir mal auf das Glück. Weil wir natürlich in Köln waren. Genau, das ist dein Single Hop, den hast du mitgebracht. Ja, Single Hop Kellerpilz. Darf ich gut sehen? Vorderseite haben wir gestaltet und auch Rückseite. Das Fortuna Irgendwo Bier, ich darf das nicht vergessen, weil der hat es mich schon beschwert, das ist von Hansakraft gebraut. Eine kleine Brauerei in Niedernberg. Und das waren die Einzigen, die auch für mich gebraut haben und auch mein eigenes Etikett gemacht haben. Ist das nicht toll? Wollt ihr Schäfer, der irgendwo hingeht. In Fortuna Irgendwo, Irgendwann, Irgendwie, wie ich noch lebe, ist behauptbar. Du wolltest dieses Jahr aufmachen. Ja, kurz vor der... Achso, übrigens müssen wir auch schon erzählen, ist es ein Club, den du aufmachst? Nein, es ist kein Club. Ist es eine Bar? Nein, es ist auch keine Bar. Was ist es? Es ist eine Heilanstalt. Heilanstalt für Nerven und Genütskranke. Forza Adi kommt jetzt. Ja, und wenn man reinkommt, steht da unbekanntes Land. Warum unbekanntes Land? Weil wir haben ja auch einen Sinn in der Tätigkeit. Weil als Freund, die die Analyse erfunden hat, hat er gesagt, wenn ich mich in eine Seele begebe, begebe ich mich in ein unbekanntes Land. In Terra Incognita. Und das steht bei uns über dem Eingang, Terra Incognita. Und wenn ihr zu uns kommt, ja, dann werden wir uns heilen. Weil wir sind kein Club, wir sind eine Heilanstalt, medizinisch zugelassen. Das heißt, jedes Getränk und den Eintritt kann man von der Krankenkasse absetzen. Und wenn das genügend Leute macht, wenn das genügend Leute macht, bricht die Krankenkasse zur Sache. Nach rein. Auf trinken, oder? Auf trinken wir. Auf die Heilung. Auf die Heilung. Und ich glaube, die Heilung, die seit sieben Monaten haben wir Corona. Und ich glaube, wir brauchen alle mal ein hinduistisches Leben, wo wir uns frei bewegen, wo wir den Alltag vergessen, die Sorgen. Und uns letztlich dem Glück der Freiheit. Und ich glaube, das ist ja schon das, was du fokussierst. Naja, ich will die Menschen, ich will die Menschen, weil ich da selber im Prinzip gehandicapt bin, durch Netflix, durch alles Mögliche, ich will die Menschen wieder auf eine analoge Reise mitnehmen. Keine digitale Reise, sondern eine analoge Reise. Weil ich bin ja noch einer, ich hoffe, es sind noch andere dabei. Ich lese tatsächlich noch Zeitung, Print. Ohne Print kann ich nicht überleben. Ich brauche morgens Zeitung. Adi, du bekommst gerade viele Herzchen. Und ich habe mir immer überlegt, ich habe ja auch mal den Kindle mitgenommen. Ich habe mal auch auf dem, wie heißt das große Ding? iPad, hier. Auf dem iPad habe ich auch mal eine Zeitung gelesen. Aber jetzt frage ich euch Leute wirklich, wie sieht das aus, wenn man in der Badewanne sitzt oder in der Toilette mit dem iPad? Sieht doch lächerlich aus. Lächerlich. Es muss eine Zeitung sein. Und welche Zeitung, wie fahrtuchst du? Ja, ja, FAZ, Süddeutsch, Züricher. Ich kann aber nicht alle gleichzeitig lesen. Hast du alle abonniert? Nein, die FAZ habe ich abonniert. Oder ab und zu. Home, Suite, Home, Air, Fazit. Wir sind Lokalpatrioten. Wir sind Lokalpatrioten. Und ich lese natürlich auch das Journal Frankfurt. Ja, klar. Jetzt habe ich genug Schleichwerbung gemacht. Gibt es bei uns keine. Aber für Print kann man nicht genug Schleichwerbung machen, ehrlich gesagt. Weil das ist am, ja... Es gibt so viele Leute, mit denen ich nicht streite, weil die sagen alle, der Spiegel ist so schlecht geworden. Dann frage ich die, was ist mit der Bunte, was ist mit dem Fokus, was mit dem Stern? Also ich finde, der Spiegel ist die einzige politische Zeitschrift, die massentauglich ist. Und ich werde sie lesen, bis ich ins Grab gehe. Definitiv. Auf den Spiegel. Ja. Shalom Aleikum. Shalom Aleikum. Shalom Aleikum. Meine Erfindung. So bringen wir beides zusammen. Da gibt es ja auch ein Lied für beides zusammen. Genau, das liebe ich an Frankfurt. Als ich damals nach Frankfurt gekommen bin, habe ich gedacht, oh mein Gott, die Welt steht mir zu Füßen. So, ich habe dich vorhin gefragt, du bist in Palästina... Nee, du bist in Frankfurt geworden, aber deine Eltern... Meine Mutter kommt aus Palästina, mein Vater überleben das Warschauer Ghetto, hat damals, gab es eine sogenannte Verbindung zwischen Europa und den jüdischen Leuten, die in Palästina gelebt haben. Und damals war ja Krieg und die Menschen wollten, gerade die Eltern wollten ihre Töchter aus den Ländern, aus Palästina haben, weil sie wussten nicht, ob sie so überleben. Also sind immer gewisse, an gewissen Zeiten sind Europäer gekommen und haben sich Mädchen angeguckt. Und in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Heiratsvermittlung Markt wurde praktisch meine Mutter von meinem Vater geheiratet. Zwei... Kannten Sie sich oder also, also war das arrangiert von den Eltern oder... Nein, das waren immer Treffen, praktisch Treffen. Ah ja, okay, also so wie jetzt Parschep sozusagen. So aus dem Parschep. Früher gab es ja, früher gab es ja Heiratsvermittler, bei den Osteuropäern gab es das und bei den Juden gab es die Jente. Gibt das immer noch? Die Jente, ja. Ja, die gibt es, die... Es gibt sie immer noch. Ja, die gibt es immer noch, aber nicht mal so professionell, sondern eher hobbyhaft. Und früher, wer Alatevka geguckt hat, einer meiner Lieblingsfilme, Alatevka mit Fiddle on the Roof auf Originaltitel, der sieht da die Jente im Original. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben, guckt euch Alatevka, Fiddle on the Roof an mit Topol. Das ist das Maximum. Da lernt ihr viel über die jüdische Geschichte. Let's go. So, jetzt, wir fangen mal an zu kochen und zwischendurch werden wir einfach mal kurz quatschen und vielleicht Musik hören. Was vielleicht noch sehr, sehr eigene ist, ist, dass hier sich afrikanische Araber treffen mit osteuropäischen Juden. Und das ist sehr interessant, weil ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir Latkes machen. Ja, ich habe das einfach entschieden, weil ich mich nicht erreicht habe. Ich habe gestern kurz, ich habe mir eine Auszeit gegönnt. Ja, was ich unbedingt toll finde, diese digitale Auszeit. Ich bin leider super abhängig davon, aber nein, das stimmt nicht. Es gibt auch Auszeiten, die ich mir gönne. Aber ich habe halt einfach gedacht, was verbindet uns? Mit uns verbindet die Weltkische, die jüdische Weltkische. Ja. Das, wo mein Herz auch wahnsinnig dran hängt. Ich habe gedacht, jetzt zu Weinukka, also das ist Chanukka, das sind sieben Tage. Das ist so wie Weihnachten, man nennt das Weinukka. Ich weiß nicht, wie man das feiert, aber man feiert auf jeden Fall, es gibt da rituelle Speisen. Und da ist auf jeden Fall Latkes dabei. Bei den osteuropäischen Juden ist der Gebalzer Lachs, ist es auch eines meiner Signature-Dishes hier. Lachs, Gebalzer Lachs, mit ein bisschen Mh. Wobei, in meiner tiefen Seele bin ich Araber, bin ich Araber, kein Moslem, das ist wichtig, Araber, weil Araber sind keine Moslems. Und ich bin ein Hummus-Maniak, ich bin ja Spezialist. Nächstes Mal machen wir Hummus. Nächstes Mal machen wir Hummus, weil das ist sehr interessant, weil ich esse ja Hummus auf der ganzen Welt. Und der Hummus wird auch so vielen verschiedenen Arten gemacht, weil die Türken essen ihn anders, die Griechen essen ihn anders, die Nordafrikaner essen ihn vollkommen anders. Ich glaube, in Nordafrika, also gibt es keinen Hummus. Doch, in Marokko gibt es keinen Hummus. In Marokko gibt es auch Hummus. Ich bin damit nicht aufgenutzt. Ja, ich war aber auch in Marokko, da gibt es noch. Naja, die übernehmen ja alles, aber die machen ja nicht. Der einzelne Hummus, der funktioniert, ist der libanesische, den wir israelisch übernommen haben. Ich bin also praktisch ein arabisch-libanesischer Jude aus Israel. Wenn das alles so wäre, gibt es keinen Krieg mehr. Ja. So, was machen wir jetzt? Fangen wir an. Wir fangen jetzt mit Latkes an. Meine Oma wird sich im Krabben drehen, dass ich Latkes mache. Ja, sie hat gesagt, ich bin ungeeignet, weil ich habe mir mitgeholfen, gefilte Fisch zu machen. Und? Und das war eine Katastrophe, weil mir schlecht wurde, wie man den Fisch, den Fisch macht. Wie macht man gefilte Fisch? Ich habe das hier, ich habe das mal gegessen. Hochkomplex. Hochkomplex, können nur die alten Leute. Es ist dann jemand zum Schabbat, gell? Ja. So, also, soll ich anfangen? Ja, du zeigst mir, wie es geht. Ich versuche, so zu folgen. Also, ich habe hier schon Kartoffeln. Ich habe meine Hände gewaschen, übrigens, preis irgendwelcher. Also, Kartoffeln. Wir servieren, wir können ja unseren eigenen Mist essen. Ich esse das Leben, ich habe nämlich nichts gegessen. Ich habe so einen Hunger. Also, einfach so aus. Ziehe meine Jacke aus. Vielleicht etwas einfacher. Die ganze Stärke, das ganze Wasser, ich habe das ins Wasser eingelegt, damit die Kartoffeln nicht braun werden. Und die Stärke sich von der Kartoffeln löst, ja? Wir haben ja auch noch das gemischtes Latke machen wir auch. Ja. Was bei meiner Mutter habe ich ja nie gegessen. Sie ist früh gestorben, das ist mein Vater auch. Aber ich habe immer mal... Wann ist sie gestorben? Also, wie alt warst du da? Weil meine Mama ist auch gestorben. Und da haben wir was Gemeinsames. Ja. Meine Mutter ist früh weggegangen, als der schreckliche Autounfall war. Und Vater und zwei Töchter gestorben sind. Da ist sie schon ausgestiegen. Aber ich habe bei vielen Freunden gegessen. Wo so voran das... Ein schönes Hallo an Ronny Weiner, meinem Partner und Freund. Bei seiner Mutter habe ich immer gegessen. Und da habe ich immer Lapskris gegessen, war ich noch... Und gefüllte Fisch. Gefüllte Fisch ist, wie gesagt, sehr schwierig. Da muss man... Ja, da... Da bin ich traumatisiert. Aber Lapskris lieb ich. Also, das ist ungefähr 500 Gramm. Davon nehmen wir auch was. Genau, Pastinake. Wir nehmen mal die Hälfte. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Auch Reimaten? Nee, da. Ah, okay. Ja, mit Schallanle nicht ins Wasser. Ich fühle mich wie Ratatouille. Also, ich habe... Wir haben Pastinake dazu. Das ist gerade die Zeit dafür. Das ist ein Wurzelgemüse. Schmeckt hervorragend dazu. Ich wollte... Ein bisschen mehr. Ich wollte eigentlich, während ich koche, rauchen. Weil das erinnert mich immer... Ja, dann rauch doch jetzt ein Zigaretten. Oh ja, wir rauchen jetzt. Ein Louis de Founet-Film an Brust oder Keule. Wo ich nicht geworden bin, als wenn ich den Koch gesehen habe, der mit der Zigarette das ganze Essen gebraucht hat. Okay, Jane, wo sind die Zigaretten? Kennst du den Film noch? Das war lustig. Brust oder Keule. Aber hier geht es wirklich auf Sternen-Niveau. Inchallah. Inchallah. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen Bier rein schütten. Warte mal. Also, viermal Eiwein. Schnittlauch. Ich hoffe, meine Haushälterin guckt mit. Weil die sieht, wie talentiert ich bin, was ich alles mache. Was kocht sie dir? Wie ist dein Altermatt mit dem Essen gerade vor Corona? Also, sie hat mich erst mal auf Diät gesetzt, was echt gut ist. Auf Diät gesetzt? Ja, ich habe zehn Kilo abgenommen. Sie kocht sehr gut. Das ist eine Polin, was auch gut passt. Und ich weiß gar nicht. Sie kocht immer was anderes. Kocht wirklich jeden Tag. Ich bin praktisch schon unter Stress. Weil, wenn ich nicht aufesse, im Kühlschrank wird immer geschippt, warum ich nichts esse. Und was kocht sie dann? Viel Gemüse. Viel Gemüse. Also, wir haben Fleisch reduziert. Fleischreduktion. Viele Sachen ohne Zucker. Sehr gut. Ab und zu, ich bin aber, ich bin schokoladensüchtig. Ab und zu, einmal in der Woche, wird irgendwo wo in den Kühlschrank, ich weiß, das muss ich mal suchen, wird ein Schokoladenpudding versteckt. Und ab und zu suche ich dann, wo ist denn der schon wieder? Dann sagt sie, ha, diese Woche habe ich keinen gekauft. Ich suche dann stundenlang, wenn der Schokoladenpudding ist und keiner da. Ich habe mich selber unter Diät gesetzt. Ich bin praktisch, wie bei Spielsüchtigen, die nicht mehr in die Spielbank gehen. Also, kein Zucker. Kein Zucker, ja. Kein Zucker. So, also das ist die Masse. Voilà. Sieht gut aus. Okay. Jetzt. Da fehlt noch was. Warte mal. Oh ja. Ja, ich bin Perfektionist. Ich bin Perfektionist. So, ein bisschen Fassinaten auf der Züge. Ja, das ist. Und jetzt machen wir Bällchen draus, oder? Genau, das kannst du machen. Ne, Bällchen. Wie man das erste Mal macht, damit wir das in der gleichen Qualität haben. So, warte mal. Bei dir ist das ein tolles Team. Merke ich jetzt gerade. Das funktioniert fantastisch. Also, wir machen hier so kleine. Ah, ja. Sehr schön. Und dann legen wir die so hin. Ich habe extra meine Ringer ausgezogen. Kleine Flätschen. Genau, kleine Flätschen. Und in der Zwischenzeit mache ich den hausgebeizten Lachs. Wie viel Gramm muss ein Flätschen haben? Ich habe praktisch eine eingebaute Waage in meiner Hand. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nach Gefühl, je größer, desto besser. Oder je kleiner, desto besser. Beides geht. So ein bisschen. Das ist ja relativ viel an Drogenkonsum. Je mehr, desto größer ist es besser. Also, aus meiner Zeit, wo ich die Pizza ausgegangen bin, müsste ich sagen, heute bin ich serius. Heute ist vorbei. Heute ist vorbei. Bei dir die Frage war, ob du den Schnittlauch auch reingemacht hast. Aber der ist drin. Der ist drin, ja. Schnittlauch ist drin. Genau. Wir machen den hausgebeizten Lachs. Der Lachs braucht normalerweise drei Tage. Beziehungsweise, wir machen den hier im Haus. Wo kommt der Lachs her? In Schallaus, nicht aus Deutschland. Schottischer Lachs. Das ist ein Wildlachs eigentlich. Das ist ein Wildlachs. Schottlachs. Das wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt. Warum fragen wir den? Ich war einfach nicht. Hallo. Woher kommst du? Ja, das mit dem Lachs. Schottlachs. Schottlachs hat er gesagt. Schottlachs. Und? Schottlachs. Kann ich ein bisschen Wein machen? Nein, er war nicht Wild. Er war verheiratet. Ah, okay. Dieser Lachs. Den habe ich heute spontan gekauft. Fast alles. Also ich habe fast alles auf dem Markt gekauft. Außer den Lachs. Den habe ich von der Kleinmarkthalle geholt. Das riecht toll. Was war da nochmal drin? Eigelb war das? Ich habe nur Eiweiß gemacht. Den Eigelb haben wir weggelassen. Warum eigentlich? Damit das so fresh und so clean. Also ich wollte die ein bisschen hell haben. Warum sagt man eigentlich, dass Eigelb so schädlich ist? Das weiß ich überhaupt nicht. Weil ich habe als Kind immer nur das Eigelb gegessen. Obwohl man mit dem Cholesterin auch... Blödsinn, oder? Ja, Blödsinn. Ah, genau. Jetzt, Frau Ski Beitzer-Lachs, damit du das vielleicht deiner Haushälterin zeigst. Falls du mal Lust hast, jetzt in den Feiertagen Lachs. Man kann den zu Hause wunderbar machen. Wir haben beide feiertage. Egal, aber wir tun so. Es lab und nötig. Wir tun so. Mein Sohn hat mir heute gesagt, Mama, ich will einen Kranz haben. Und heute war ich mit ihm einen Kranz holen. Es muss schneller werden. Ich merkte schon, die Gäste warten über die Tür. Dort ist ja tatsächlich einer gekommen, der gefragt hat, habt ihr auch. Hallo Atta. Hallo Atta. Ah, der hat ja einen Gruß. Hallo Atta. Lacheim. Lacheim. Lacheim Atta. So. Huch, was war denn das? Schnittlauch. Also Rote Beete geraspelt. Hier, Leute, ich will auch mal was sagen. Also, Rote Beete geraspelt, Schnittlauch, brauner Zucker. Polizei ruft an. Polizei ruft an. Ja, es geht nicht um die Zusammenkunft. Jude, Moslem geht nicht. Weil ich dachte, man hört es nicht mehr, weil ich habe das Lied. Also, weil du das jetzt so mit Jude und Moslem sagst. Jude, Moslem, Jude, Moslem, hallo, hallo. Ich würde sagen. Jetzt habe ich die Latke sitzen. Ich habe mich auf die Zerträger. Du musst die noch braten, Adi, gell? Die Ohren? Nein, ja, nicht die Ohren, die Lappen, die musst du noch braten. Ach so, ich habe auch die Zerträger. Adi, brauche ich. Ich komme gleich. Du unterhältst die Gäste. Ich habe zwei. Gäste? Unsere Gäste. Ja, uns heiße. Die Ohren platzen. Uns. Also, ich habe zwei Limetten. Kann man das eigentlich auch roh essen? Ich probiere das mal. Hallo Jenny. Geht das auch roh? Wie geht das auch roh? Ja. Und, wie schmeckt das? Meine Ohren sind nicht digital geeignet. Also, Zitronenzester. Hört man mich nur, wenn ich da dran bin? Ja. Ja, bleibt dran. Bleibt dran, bitte. Bleibt dran, hört ihr den Adi, Leute. Daumen hoch. Es geht echt nicht rein, meine Ohren. Schaffst du, Adi. Es ist kein Platz mehr. Ich esse die so. Also, ich mache Zitronenzester. Ah, nee, Rieferchenzester. So, voilà. Du weißt, wo die schönsten sind. Hallo Jenny. Hi Jenny. Ja, das stimmt. Was wolltet ihr haben bei dir? Bitte? Was wolltet ihr haben? Ich brauche ein Messer. Messer. Ja. Kommt. Hallo Nicole. Nicole. Nicole aus Tel Aviv sagt auch Hallo. Die Wiener. Hallo. Shalom. 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 Shalom Alech. Shalom Nicole. Wir machen nachher ein schönes israelisches Lied. Ja. Atta, wir sind hier bei der Badia in der Küche. Also im Café, im Restaurant. Wir wären gern bei dir gewesen. Ja. Ja, Atta, aber du hast uns nicht eingeladen. Ja. So, dann mache ich gerade die Beize. Und ich hätte überlegt, damit wir heute dann Lachs essen, schneide ich später einfach zwei Lachs-Essay. Und dann kurz in den Ofen. Ja. Auf 180 Grad, zwei Minuten. Toll. Die sind dann perfekt. Die sind ein bisschen butterig. Ich bin ja auch in Ruhe, ich esse Fleisch gerne roh. Also gerade so. Wenn der Tatat. 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 Meine Mutter musste mich früher immer aus dem Kühlschrank fernhalten, weil ich habe immer das Fleisch, ich hatte so die Angewohnheit, ich habe so einen Beißzwang. Wisst ihr, was ein Beißzwang ist? Radiergummi reinbeißen. Ich musste immer reinbeißen. Als Kind. Ja. Und dann hat sie immer geguckt und dann habe ich immer im Kühlschrank das Steak. Da war immer eine Ecke rausgebissen. Wer hat wieder das Ding gegessen? Wer hat da wieder reinbeißen? Ich habe ja, Entschuldigung, warte nicht. Aber jetzt die Tiere, Hunde, ich esse total frohes Fleisch. Ich glaube, an mir wäre auch ein guter Hund verloren gegangen. Vielleicht war ich ja früher im Leben auch ein Hund. So ein strubbeliger Hund. Ein strubbeliger Hund. Ja. Ich habe auch einen Lieblingshund aus der Bayerischen See, Ebertorfer. Wenn du das kennt. Nee, ich kenne das nicht. Das ist so ein ganz toller Hund. Das ist der einzige Hund, der so aussieht wie ich. Und der so denkt wie ich. Ich zeige mal, wie der aussieht. Jetzt ist mir, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der ist. Adi, was hast du für einen Hut auf, wird hier gefragt. Was für einen Hut? Ich bin ja ein Nick Fouquet-Hut. Dreh dich mal zur Seite. Okay. Jetzt. Was ist das für ein Hut? Ich bin Nick Fouquet-Fan. Als Nick Fouquet noch nicht berühmt war, jetzt macht er ja für Mercedes-Benz Werbung, bin ich auch in Los Angeles gefahren. Ich habe ihn angerufen vor. Ich komme jetzt vorbei, ich will eine Hüte bestellen. Da hat er gesagt, das kann man aus dem Internet. Ja, ich will aber 10. Da hat er gesagt, das ist unmöglich. Und da kommst du einfach aus Deutschland zu mir. Ja. Und ich bin nächste Woche da. Kommst dich fassen. Und so sind wir Freude geworden. Aber jetzt macht er ja Werbung für Mercedes und alles. Und ist auch sehr teuer geworden. Und da bin ich umgestiegen auf den Hut aus Bali. Das ist Hithat. Hithat. Super, Ali. Made with passion. Und wenn ihr hier seht, das ist ganz toll, das hat er für mich gemacht. Das finde ich super. Live for your dreams. Das war ein Lieblingshut übrigens. Hüte sind jetzt mittlerweile wahnsinnig impf. Ich glaube, 2020 ist Tag des Hutes. Der Witz ist, wenn man alte Fotos aus den 60er sieht, 15 und 60er, Hauptwache, gab es keinen einzigen Mann, der keinen Hut gehabt hat. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe jetzt gerade hier die Beize. Rote Beete. Ach, die Beize ist Rote Beete? Ist ein Wurzelgemüse. Das ist gerade die Zeit. Es ist gerade, danach ist, sozusagen der Kanzesud geht in den Lachs rein. Dann ist es oben ganz rot. Es ist unglaublich lecker. Bei Wurzelgemüse fällt mir immer nur der wichtigste Frankfurter Spruch ein von früher. Der kommt aus Bornheim. In Bornheim gibt es zwei Gesetze, die es nirgendwo anders gibt. Das erste Gesetz ist, in Bornheim gibt es tatsächlich halbschwanger. Egal was es bedeutet. Was heißt das? Das weiß ich nicht. Halbschwanger. Das ist ein Wurzelgemüse. Das ist ein Wurzelgemüse. Und zwar das... Bornheimer Gesetze. Aber die obere Meile, die verrückte Meile. Nicht da, wo die Kleine sind. Wo der Dünker ist, wenn es den überhaupt noch gibt. Und das andere, der andere Spruch, den ich mit Bornheim gemerkt habe, das hat was mit... Jane! Das andere, was wir gemerkt haben über Wurzelgemüse ist, das ist ein alter Frankfurter Spruch, das hat was mit Schönheitsoperationen zu tun. Also Wurzelgemüse ist das neue Schönheitsoperationen. Nein, nein, aus einer Schwarzwurzel kann man keine Ananas machen. Das kann man auch auf eine Schönheitsoperationen. Das heißt, aus dem Besen wird auch kein Staub wehen. So, ich mache jetzt mal die Pfanne an, damit wir Lackes hier haben. Ja. War noch eine ganz süße Frage eben. Wer ist denn dieser Adi? Ein Freund von Badia? Nein. Du kannst ihr sagen, das ist ein weltberühmter Mensch. Na ja, weltberühmter Mensch, ich bin ja national. Rudi ist da. Schreib einfach ein Krimineller. Nee, aber ich finde schon wichtig, weil die Frage ist hier berechtigt. Klar, wir, so die kleine... Oder ich würde mich zu einem kleinen Kreis, der weiß, wer es ist und wer... Deshalb finde ich das schon wichtig, weil ich bin mit deinen Clubs auch groß geworden. Irgendwann wurde ich auch selbst tätig im Service. Was kommt in die Beize, wird gefragt. In die Beize kommt... Steht im Internet. Also, nein, das steht bei mir auf dem Story. Das ist eine Rote-Beete-Beize. Der ist eine Knolle Rote-Beete geraspelt. Der ist Dill drin. Der ist Zucker. Also, ich habe braunen Zucker genommen, keinen weißen Zucker. Ich habe Salz genommen. Alles zusammen. Das ist die Beize, aber nur die Farbe, nicht? Genau, ja. Ja, also, ich meine, der Geschmack von der Rote-Beete geht schon in den Nack rein. Also, ich habe ja mal zweimal... Limette, zwei Limetten, einmal nur die Haut, das ist wichtig, Bio-Limette nehmen. Die Haut nehmen, nicht das Wasser. Adi, what are you doing? Und dann habe ich... Ah, dann geht es besser. Ha, Digital-Ohr. Das Digital-Ohr, das funktioniert. Wie haben wir mal gelernt? Und dann habe ich, ähm, äh, wie sagt man, äh, 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 die Zitronen, äh, die Limetten ausgebräst, Papai und zu viel Wein einfach. So. Ich habe ja mal... Hier steht auch Wein geht immer, gell? Wein geht immer. Gerade zu Corona. Was ich mal gelernt habe, ich habe ja mal die Sahara gespürt, da war ich vier Monate unterwegs. In Marokko? Äh, ich bin eingestiegen in Algier, in Algerien, und dann sind wir durchgefahren. Oh Gott, das ist ein Traum. Als Algier. Schapralit. Eigentlich sollten wir jetzt Schapralit hören. Schapralit, ähm, äh, ich habe den Adi spät kennengelernt, muss ich sagen. Äh, persönlich. Wo bleibt die Musik? Ja, nee, fichte ich auch. Also, erst mal machen wir jetzt jemanden. Ein Bürorufer, das mache ich falsch. Achtung, Büro. Hallo, hallo. Achtung, Büro. Wir sind live. Wer ist dran? Warte mal, ich mache mal die Lattes. Ja, Nief. Was mache ich falsch? Adi, das geht nicht. Ich habe die Geschichte von Ludwig nicht zu erzählen. Ja, wie, ach hier, mein Büro, Ludwig. Ja, Ludwig ist mein Hund. Und was ist das für ein Hund, nochmal? Ein französischer Hirtenhund. Ein französischer Hirtenhund, aber der hat einen ganz bestimmten Namen. Und Sie sollen, Sie sollen ein bisschen mehr arbeiten, wenn ich so viel erzähle. Hey, ich bin der Küchenchef. Ich fange immer gleich. Sie reden mehr als die tun. Ich fange nicht an Smoothie an, ich bin gleich Küchenchef, wie früher. So, ich muss jetzt hier arbeiten. Mein Büro schaut auch zu, was ich so mache. Darf ich auch eins reinlegen? Ja, natürlich. Voila, hier, bitte schön. Ich bin schon vorbereitet. Wir sind Levantiner, wir reden viel. Ja, tut mir leid. Wir sind Levantiner, die Levantiner reden viel. Wer hat das? Das Kochen ist ein großer Hauptgestalt. Ratatoum hat auch immer viel geredet. Die kleine Ratte, die lieb ich ja. Das ist ja auch das Konzept, geht hier nicht. Also, wie Boko gesagt hat, 80% ist Atmosphäre, der Rest ist Essen und das können wir. Und was hat der Kritiker gesagt, als er bei Ratatouille gegessen hat? Den Film mit der kochenden Ratte. Überrasch mich. Wenn du fragst, was möchtest du essen? Überrasch mich. Adi, perfekt. Ich bin auch immer überrascht, dass ich selber koche. Also, wann hast du das letztes Mal gekocht? Erzähl, sag die Wahrheit. Also, eins meiner berühmtesten, meinen berühmtesten Koch, das kann man mich nicht wiederholen, ist die Booyabees. Ich habe eine Booyabees. Eine Booyabees, wow. Ich habe an der Booyabees vier Tage gekocht. Wir wollen die mal essen, Adi. Ja, die kann man nicht. Ich habe sie vier Tage gekocht. Und ich habe jeden Nacht, bin ich aufgestanden, hat irgendwas reingeschickt. Booyabees habe ich mal für 80 Leute gekocht. Ich habe dann, also bevor ich den Laden hier aufgemacht habe, ich habe das für den, wie heißt er, da hat das Büro von Pace, Markus, ne. Markus Weisbeck, Markus Weisbeck, Markus Weisbeck, Markus Weisbeck, Markus Weisbeck, surface. Am 52. Geburtstag habe ich eine Booyabees gemacht. Ich bin, irgendwann habe ich angefangen zu weinen, weil ich nicht wusste, worauf ich mich da einlasse. Und? Du fiel erst mal Kackessen, dann die ganzen Fisch. Das ist ein Aufwand, der war wahnsinnig. Aber ich musste mein Wort halten. Ich erzähle dir jetzt ein ganz großes Geheimnis, auch die, die zugucken. Das Geheimnis ist jetzt, Weisbeck macht gerade ein neues Logo für einen neuen Club von uns. Ich sage nicht welche, ich sage nicht was, ich sage nur surface und Weisbeck. Surface ist das Beste. Also das sind nicht die besten Lackesleute. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Nein, überhaupt nicht. Was haben wir da falsch gemacht? Weil die Pfanne scheiße ist. Oder zu wenig Stärke. Ach, das wird schon, das wird schmecken. Nein, nein, die sieht ganz süß aus. Ja. Das wird schmecken. Es muss nicht gut aus, es muss schmecken. Die ersten sind immer ein bisschen problematisch. Nein, das Ding ist, ich habe eine Pfanne, ich wollte gerne eine Pfanne haben, die eine Beschichtung hat. Ja, ist besser. Aber alles andere ging nicht auf Induktion. Aber hat das nicht zu wenig Stärke? Ja, dann mach noch ein bisschen Stärke rein. Wo ist denn Stärke? In der Küche ist Stärke. Jetzt ist es zu gut. Aber wir haben etwas, was wir haben. Okay. Wir sind unter Druck bei Sugar. Nein, wir sind über... Doch. Das wird gut schmecken. So. Aber es ist nicht heiß genug, oder? Doch, das ist heiß genug. So, sollen wir noch einmal vier machen? So. 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 Wie heißt denn das Büro, das zuguckt? Das Büro, das zuguckt? Das ist mein Büro. Ja, aber wie heißt das, damit wir es wissen? Das Goldmann-Büro. Ich habe es nicht gesehen bisher. Goldmann... Was? Hast du nicht zu? Hast du nicht gemeldet? Wie heißen die? Äh... Goldmann-Büro. Ich weiß nicht, wie heiße ich? Wie heiße ich? Keine Art. Ich glaube, die sehen zu. Ich habe es vorhin schon gesehen. Die haben sich schon ganz früh zugeschaltet. Ihr macht das super und es duftet. Es duftet. Also es riecht fantastisch. Es riecht lecker. Jetzt machen wir noch eins rein. Halt, nicht das. Nicht das. Ich glaube, was... Irgendwas muss ich auch noch hier zu sagen haben, oder? Wie wär's damit? Oh, das hat auch... Die Latkes sprechen. Jetzt ist es besser. Ich habe einfach ein bisschen mehr Pferd reingemacht. Ja, lang. Wir können danach noch ein bisschen... Sieht fantastisch aus. Ja, ich war nervös. Upsa. Ich brauche, glaube ich, jetzt eine Zigarette. Scheiße. Ja, wir brauchen Zigaretten. Wer bringt uns welche vorbei? So. Okay, das wird schon. Ich bin optimistisch. Also die Frage wird gerade gestellt, ist der Fisch im Ofen wie heiß gegangen? Wie lange? Äh, 180 Grad. Ähm, 2-3 Minuten. Ähm... Ein bisschen Brioche oder Bagels oder einfach ein Sauerteibbrot. Fantastisch, gerade zur Weihnachtszeit, wenn man brunchen will, ist es gut geworden. Genau. Kannst du noch mal erklären, was hier in den Gläsern ist? Bravo, Adi, du kannst das. Das sieht gut aus. Kannst du noch gerade mal erklären, was hier in den Gläsern ist? Boah, das sieht jetzt nützt, jetzt wird's gut. Ähm, also das sind, ähm, ähm, wir legen alles hier ein. Das sind rote Zwiebeln eingelegt, Ringenbeter eingelegt mit ein bisschen Vanille und, äh, Radieschen mit, äh, Senfsaat. Das ist alles hausgemacht, das wird bald, äh, es in, bei uns, äh, auf meinem kleinen, hoffentlich, ähm, äh, äh, wie sagt man, shopgebend. Es wird ein kleines Online-Shop hier geben und da werde ich sozusagen eins der, die Sachen, die wir hier benutzen in der Küche, die wir hier selbst einlegen, von Marmelade. Er läuft, Adi. Nee, lass, lass, lass. Ja, das muss doch, äh, komm, wir können noch einen reinmachen, oder? Eins geht noch. Geht? Alles klar, ja, alles wäre wichtig. Also der Adi hat das Feld übernommen, sieht gut aus. Und rein mit dir. Äh, äh, es war heiß, es war heiß, ich bin jetzt umgekehrt. Äh, ich finde so schlimm, ein bisschen heiß gebadet, das kennen wir doch. Was gibt es im Weinglas, wird gefragt. Ähm, es gibt ein Draubewunder von Weingut Engel. Äh, ist hier aus, ähm, natürlich patriotisch, wir sind Hessen. Und, äh, ja. Ja, ja. Wir sind nicht nur Hessen. Wir sind Hessen. Wir sind hessisch, oder wie sagt man. Es gibt eine Werbeagentur, die mir doch immer keine Jacke geschickt hat. Zack, zack. Äh, hier hat, äh, will ich nicht schnell kreisen, weil sie mir keine Jacke geschickt hat, mache ich keine Werbung. Äh, die hat, äh, Frankfurt als Luftkurort neu erfunden. Das ist in Frankfurt Luftkurort. Weil keine Autos mehr fahren. Luftkurort? Ja, weil die Flieger, die nicht mehr gehen, ist unsere Luft um, äh, 40 Prozent besser geworden. Warum sind wir jetzt ein Luftkurort? Ah, Frankfurt auch. Aber Frankfurt ist auch sehr grün, mit der grünste Stadt. Also wir hätten wahrscheinlich ein bisschen mehr Stärke. Ja, ein bisschen mehr Stärke. Ja, ja. Sieht aber super aus. Mmh. Mmh. Et voilà. Dann kommt Badia's eigener YouTube-Kanal. Badia. Wer sagt das? Wahrscheinlich der Timer, oder? Adi? Ist das der Timer? Ein Stückchen? Was soll ich? Hey, Svetlana. Ein Stückchen für mich. Für dich? Ja. Ja, aber du kochst es. Nur ein kleines Stückchen. Kochst du? Wer hat das gefragt? Ganzes? Kann ich nicht für jetzt hier schon vorbei? Nein, kleines. Äh, doch. Janis. Was weiß ich das heiß? Janis? Ah, Janis, Ben David. Janis, Ben David. Janis, genau. Janis, Bruder, Ben David. Janis, Bruder. Und? Ist gut? Ja. Zeig mal. Erinnert mich an, wie heißt die? Röstis. Ich habe die besten Röstis der Welt. Und habe sogar auch das Rezept aufgeschrieben. Es gibt nämlich ein Zermatt. In der Plattenhütte. Das ist der Erfinder der Röstis. Er hat mir auch das Geheimnis. Also ehrlich gesagt, das ist eine Ehre, oder? Ja, Leute. Das ist ein Geheimnis, wie die Röstis gemacht werden. Latkes sind ja praktisch Röstis. Naja, das ist ja... Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Das sind Latkes. Was ich so spannend finde an der jüdischen, osteuropäischen Küche. Ich würde am liebsten gerne mich mit Menschen treffen, die sich ausschließlich damit... Weil das zeigt einfach diese Migrationsgeschichte und dass wir Menschen ja überall eingewandert sind, Sachen übernommen haben, Sachen hinzugefügt haben. Deshalb entspannt ja auch so eine Weltküche. Aber wenn du auf der... Es sind ja... Juden sind ja unterschiedlich. Die osteuropäischen haben nichts miteinander zu tun. Aber wenn wir in der osteuropäischen Küche uns so hingezogen fühlen... Ja. Was fehlt uns hier? Was fehlt uns hier? Ein osteuropäischer Laden. Inchallah machen wir. Nein, ein Wodka. Ein Wodka. Scheiße, Wodka. Und der Wodka. Wodka. Warte, wie soll ich mir denn hier kochen ohne Wodka? Wodka, Jane. Willst du es kurz holen? Nein, das macht die Jane. Jane, Wodka. Okay, wir brauchen neue Pfanne, Leute. Ja. Das wird nichts. Aber das können wir doch nur zu Ende machen, oder? Nee. Das wird nichts, das wird nichts. Das ist einfach... Oh, wir haben schon... Was mit meiner Uhr los? Wir haben Viertel nach zwölf schon. Das muss jetzt leider gehen. Okay, Adi, wo sind die Zigaretten? Ja, ich suche sie gerade. Adi. Nein, die sind auf der Theke. Ich habe jetzt Zigaretten. Okay, perfekt. Aber ich habe kein Feuer. So. Doch, ich habe das Feuer von hier geklaut. Wir wissen es, Jenny. Kartoffelpuffer. Nicht Kartoffelpuffer. Entweder Röstis oder Latkes. Aber Kartoffelpuffer sagen wir nicht dazu. Wie unerrotisch. Kein schönes Wort. Nein. Latkes. So, ich bring jetzt mal Wodka. Mhm. Naja, das ist ja was. Aber es sieht eigentlich gar nicht so schön aus. Oh, schmecken fantastisch. Es schmeckt gut. Oh, fantastisch. Warte, wo ist der Wodka? Du hast den versteckt. Ja, den muss ich mal, warte mal ganz kurz, weil ich will den Lachs noch. Also, der Lachs ist sozusagen einigermaßen gebeizt. Oh, das sieht aber schön blutig aus. Oh, wow. Ich mache hier so zwei Lachsteaks für den Adi, damit sein Heißhunger gestillt wird. Ist das für uns alle, ne? Zu viert essen wir da, ja. Naja, wir dürfen doch nicht zu viert essen. Wieso? Wir sind zwei Haushalte. Stimmt. Ihr seid verheiratet und wir sind verheiratet. So schnell geht's. So schnell geht's. Timers? Sieh nicht zu. Timers ist vorbei. Im Islam darf man ja mehrere Frauen haben. Und auch mehrere Männer. Genau. Juhu. 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 Matriarchat und Patriarchat. Ich finde das, wenn die Frauen im Islam an die Macht kommen würden, dann würde es keine Kriege mehr geben, dann würde es viel mehr Kinder geben, nämlich israelische, arabische Kinder. Was ist das? Ich dachte, das wäre auf der ganzen Welt so, ne? So, Adi, passen wir auf den Lachs. Der geht jetzt sozusagen drei Minuten. Drei Minuten. Drei Minuten. Lachs ist im Ofen. Ja. Fisch ist im Netz. Das andere, das beiziehe ich einfach für zu Hause. Et voilà. Das gibt's jetzt am Wochenende. Gib mal ein. Ne, könnt ihr auch noch rein machen. Dann kann ich noch mal ein schnelles Gedicht aufsagen zum Fisch, wenn ich den jetzt schon schnell finde. Moment. Ringelnatz. Oh, Ringelnatz. Super. Mein Lieblings. Oh, ich hab Ringelnatz beschrieben. Ringelnatz. Ringelnatz. Toll. Ringelnatz. Ringelnatz. Der Kabeljau. Ich hoffe, ihn kennt noch keiner. Ringelnatz. Achtung. Der Goldmann zitiert. Oh, danke. Du musst ihn nur auf Pinden. Du musst ihn nur auf Pinden. Du musst ihn da Kabeljau. Ein Gedicht wollen alle. Ja, Moment. Ich kann mal meine Latkes machen. Ding. Und die Latkes sind fantastisch. Fantastisch, ihr beiden. Schmecken so gut. So. Achtung, jetzt kommt's. Das Gedicht. Der Kabeljau. Das Meer ist weit, das Meer ist blau. Im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kömmt ein Hai von ungefähr, ich glaub von links, ich weiß nicht mehr. Da verschluckt den Fisch mit Haut und Haar, das ist zwar traurig, aber wahr. Das Meer ist weit, das Meer ist blau. Im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Ja, wunderbar, vielen Dank. Der Thomas Rautnitz-Gehl, der kannte das auch, das Gedicht. Ich weiß gar nicht, ob's vom Ringelnatz ist, ich glaub verwechselt. Das ist von Heinz Erhard, muss ich grad sagen. Oder doch, das ist von Dings da. Jemand vermisst dich. Miss you, dear cousin. Oh, meine Cousine. Meine Cousine aus Israel. Limor, meine Cousine Limor, ist jeden Tag, jeden Tag. Manuel? Endel, Manuel, Fang? Ja, das sind ihre Kinder. Oh, wie süß. Ihre Kinder, ihr Mann und Sitz. Sie vermisst dich. Also, winke mal zu. Limor, I'm cooking with Latkes. Isn't that wonderful? Yes, I'm a cook, I'm a cook. Und Mia Fee merkt an, das ist von Heinz Erhard. Ist doch von Heinz Erhard. I'm a cook and I'm a Mr. Hook. Schleppstes Reiben. Aber wie süß das, die schreiben. Adi, ich glaube, die müssen gewendet werden. Nein, nein, die müssen noch ein bisschen, die müssen richtig angebrannt sein. Sonst fallen die auseinander. Perfekt. So, ich hab geeiste Gläser. Ah, fantastisch. Hast du gehört? Geeiste Vodka. Hier dann. Lachaim, Lachaim. Lachaim, Lachaim, Lachaim. So. Adi, was tust du gerade? Adi, dein Glas. Moment, Moment. Du wolltest ein Wodka haben. So. Jane, ein Wodka. Danke, mein Schatz. Hier. Du kannst jetzt hier... Wir brauchen jetzt ein Lied. Okay, dann mach ich mein Lieblingslied, Leute. Ich mein, ich bin gerade... Ich mein, was... Ja. Schöpfchen. Schöpfchen. Herr Kralit. Herr Kralit ist eins... Also damals... Talmas küsst dich bei dir. Ich kann auch zum Chef Kralit gleich eine lustige Geschichte erzählen, wenn man erst das liebt. Und trinkt die erste Wodka. Oh ja. Und essen dann die Latkes. Und essen dann für drei Minuten. Das sieht richtig gut aus. Das sieht gut aus. Drei Minuten sind vorbei. Sind vorbei? Natürlich. Nein. Das ist schon vorbei, Leute. Lachaim. Lachaim, Lachaim, Lachaim. Wartet auf mich. Auf Massefort und alles Gute. Wir feiern heute die Tradition. Essen umso mehr. Also deine Cousine ist da. Da. Lieber. Shalom in Lachaim. Du kannst jetzt von den Latkes... Wir haben geübt. Wir haben geübt. Jetzt sieht es besser aus. Wir haben einig. Einig. Wir haben etwas von 11 Uhr. Und Abi Goldmann. Ist ja einiges nämlich Avraham. 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 Avraham Avilo. Avraham Avilo. dich eingelassen hast. Drei Kinder und noch ein Mann. Adi hat einen Jackpot gemacht, oder? Ja, Adi hat einen Jackpot. Du hast einen Jackpot gemacht. Die Kinder müssen nicht mehr geboren werden. Die müssen nicht mehr geboren werden. Die Kinder und wir reisen mal ein bisschen. Ihr genießt das Leben. Lach heim. Lach heim. Lach heim.